GZSZ in Spielfilmlänge In der Sonderfolge der RTL-Serie kommt es in Paris zum gefährlichen Showdown, weswegen sich einige Charaktere in Lebensgefahr begeben. Um einen geheimen Koffer und viel Mode geht's obendrein. Seit 1992 zeigt RTL gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der Dauerbrenner, dem Darsteller wie Wolfgang Barrow ihre TV-Karrieren verdanken, ist die dienstälteste Daily-Serie im deutschen Fernsehen. Nicht leicht, das Publikum über all die Jahre bei Laune und der sprichwörtlichen Stange zu halten. Neue Charaktere und spektakuläre Handlungsstränge sind ein probates Mittel. Ein anderes. Spannende Special folgen in Spielfilmlänge wie diese. Im neuen GZSZ 90 Minüter, der auf dem üblichen Vorabendsendeplatz um 19.40 Uhr startet, geht es für ausgewählte Serienfiguren in die Stadt der Liebe. Ein Paar, das bereits in den letzten Sendewochen für viel Aufsehen gesorgt hat, steht ganz besonders im Fokus der Geschehnisse. Die Liebesgeschichte von Laura, Krysensi Kavasi, und John, Felix von Jascharov, verlief bis dato eher steinig als reibungslos. Umso erfreulicher war es, dass das Paar sich nach all den Strapazen während einer romantischen Zeremonie das Jahrwort gab. In der Sonderfolge lädt Laura ihren Ehemann auf eine Reise nach Paris ein, denn eine Hochzeitsreise darf schließlich nicht fehlen. Zerreißprobe für das frischgebackene Ehepaar. Allerdings wählte die Tochter von Yvonne, Giza-Zach, die Stadt nicht wegen Sehenswürdigkeiten wie dem Eiffelturm oder dem Arc de Triomphe als Reiseziel. Sie verfolgt in der französischen Hauptstadt einen Plan, den sie vor John geheim hält. Dabei bereitet sie die Übergabe eines ominösen Koffers vor. Wie sich denken lässt, wird Lauras clandestines Vorhaben zur Zerreißprobe für das frischgebackene Ehepaar. Doch John und Laura sind nicht die einzigen, die es in die Stadt der Liebe verschlägt. Johns Schwester Emily, Anne Menden, steht kurz vor ihrem größten Erfolg als Modedesignerin. Ihre harte Arbeit zahlt sich nun in Form einer Fashion-Show in Paris aus. Nachdem die erfolgreich über die Bühne gegangen ist, lässt sie sich von Fotografen feiern. Nicht ahnend, dass sie bald in Gefahr schweben wird. Ob am Eiffelturm, der Seine oder an den Stufen der Sacré-Cœur, Paris ist einfach die perfekte Kulisse für ganz große Emotionen und starke Bilder. Erklärt Produzentin Anissa Heine die Wahl des Schauplatzes. Der Dreh für das gesamte Team etwas ganz Besonderes gewesen. Dem Film, ist sie sicher, sehe man das in jeder Sekunde an. Noch mehr GZSZ und Romantik. Passend zur Episode in Spielfilm-Länge zeigt RTL im Anschluss das Special GZSZ in Paris. Und die größten Liebesmomente der Kult-Serie. Hier bekommen Fans einen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten zur Sonnt-Erfolge. Zusätzlichen Blicken GZSZ-Stars wie Wolfgang Barrow und Ulrike Frank auf die romantischsten und schönsten Momente der Serie zurück. Gerade in Sachen Liebe ist bei gute Zeiten, schlechte Zeiten traditionell viel geboten. Von Intrigen und Inzest bis hin zu Hochzeiten und Betrug. Dabei erzählt ein Darsteller von seiner privaten Love Story, die nahezu filmreif ist.